Wenn fliegen geht, das macht Angst. Wenn dein durchgekommen ist. Ja, wenn dein durchgekommen ist, dann zieh ich aus. Aber ich bin glücklich. Robin? Ja, ich hab nachgesprochen. Robin, wie geht? Bist du ein bisschen geglaubt? Ich komm schon, Robin. Bis jetzt schnell. What the fuck? Wie geht? Wir sind deine Glückgegner. Wir sind deine Glückgegner. Wir sind deine Glückgegner. Ich kann gar nicht helfen, ich muss einen Rommel hinterholen. Der ist... Er ist ein Experte. Ja, ich hab ihn noch. Ja, ich hab ihn noch. Ich hab ihn noch mal an. 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 Fisch ist für dich. Ich hab zwei Schropfen. Ich hab ihn noch an. Was hat das? Robin, nimm das und das. Ich hab ihn jetzt. Warte. Geht schon, Robin. Wir müssen die Mitte hin. Ah, da hinten ist ein Sauron schon Ah, da oben ist auch nicht Du gehst wahrscheinlich wieder zu Falschen Gegner, 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 Gegner Da ist er Gegner Da hat er aufgejoggt auch genommen, er jagt mich Wieso jagt er mich? Was ist das? Ich hab gesagt wir auch nicht Ich bin der Flash, man jagt mich nicht Ich bin zu schnell Du bist der Floschen Der Floschen, ja Spaß Ein bisschen Spaß muss sein Okay Der Floschen-Tigger Ich schnauze die Tiger Im Gegensatz zu den ganzen Fortnite-Profis sind wir alle Floschen Das ist fix Da macht uns einer davon fertig Bitte Wer auch was hinsch da? Ha, wer ist da so? Ah Da ist kein einer gewesen sein Und das wie Ich bin der Loot 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 Attacke Wir schubsen ihm die Klippe runter Ich bin der Loot Ich bin der Loot Ich bin der Loot Ich bin der Loot Auf mich schießt irgendeiner Faltig Ja, wo war? Ein Berg? Nein, von der Bastion Von der Bastion Ich bin der Sturm Ich bin der Sturm Okay, den sehe ich nicht Da unten drehen im Turm Aha Da unten drehen Da fliegt einer Da fliegt einer Da fliegt einer Er fliegt dort hin Ah ja, der wird am Berg Der wird wahrscheinlich gleich dort hin Alter, der ist so Vorsicht, der ist der Explosiv! Es war 19-18, der am Berg Kopfgeldjäger! Robi, du kannst mir den Kopfgeldjäger Oh Gott! Da ist doch x2 在s doch x2 Das palabra sich wieder um Höwe! Höwe Robin! Höwe! Es ist ein defeatist Ja, no, crime Höwe! Muskelraum En Sand true Der Wichser Der shot lang so ein Natal Ja, selber Rainbow. Ja, so was ist gleich, Jetta für die ganze Lobby. Ja, fuhr. Bist du nicht zugegeben? Das ist der nächste. Wie hat der Urfühlein jetzt kommt? Ja! Ich treff nix. Wir haben den Robben verloren. Du hast dich offen, den Kriptmob ich hatte. Ja, ich bin neu gekommen. Ah, mal mit Probe so. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Ich muss den Robben irgendwie rum. Ja, da kannst du auch mal fahren. Da ist Anna. Anna kommt, Anna kommt. Anna schießt du da mal. Da kommt Anna, Jürgen. Anna ist da unten. Servus. Die wechseln keiner. Ja, da hat er noch wechseln gemacht. Ja, pass auf. Da unten, pass auf. Robin. Die Sonne kommt da. Da drüben ist ein Gegner. Oh mein Gott. Da unten ist auch einer. Oh mein Gott, da hinten drin. Da hinten drin, Jürgen. In der Hölle. Ah, ich geh mit dir! Ich geh mit dir! Wo bin ich? Dort ist einer! Dort ist einer! Was? Ich werde... Was? In der Hölle, da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Wo, wo, wo? Ich seh nicht! Ich seh nicht! Ich seh nicht! Dort drin! Da ist gerade ausgerannt. Da ist gerade links um mich gerannt. Fuck. Da ist er! Der Looter! Der Looter! Der Looter! Ich schaue! Ich hab nicht... Er war Medikett, ja. Ich hab nichts. Da kommt Kollege. Ah, komm Schosch! Stirbändig! Wieso? Wenn wir hier ohne kommen, haben wir immer so eine Zone? Da fährt einer! Über mir! Über mir! Über mir! Ich brauche Hilfe! Unterstützung! Ich probier's, ich kann dir leider nicht helfen, wenn ich zu dir komme. Egal! Ich hole Robins die Karten! Ich weiß, es ist Schosch! Es gibt eine Art auf dem Weg! Er hat gerade andere Probleme! Ah, der pusht mich! Wieso kann ich ihn nicht bauen? Fuck, wo ist das? Hu! Hilfe! Ich krieg doch die Panik! Mach irgendwie... Am Ende geh raus! Hopp! Ja, sehr stark, du bist. Sehr gut! Ich hab meine Geräte genommen. Mit Spray. Oh, ich hab wieder gesprungen. Auf dem Weg. Okay. Okay, ich höre bitte sehr gut. Nicht benerfen wie ich. Ah, nevermind. Das ist noch Gegner. Ja, das ist noch nicht. Ja, das ist noch nicht. Steps kommt. Ah! Ah! Ich hab Zimmer ab, hey! Ich, 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 ich... Ich hab... Das sollte keiner sein. Wir sind eh ohne. Ich meine doch, ist egal. Dann neu hier rum. Der ist gerade beschäftigt mit seinen Kollegen zu hören. Alter, wieso sind da drei Leute außerhalb der Zone? Was ist das? Ha! Robins, ra! Das waren die Kopfkettjäger. Da muss ein Jumpetour sein, da drüben. Da drüben. Jürgen, du hast... Nichts zu hören, unter dir war der Fleisch gewesen, aber... Jumpetour sein. Da hast du gerade mitgekommen. Ja, 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 lass den Weg liegen. Mitgekommen weg. Aber ich glaub, die anderen zwei sollten sie nicht in die Zone zurückschaffen. Aber ich bin nicht sicher. Also passt hinter euch auf. Ich wollte noch Peter Sekunden holen, aber dann ist der zweite Gegner dahergekommen. Schaut, dass es keine Taschen-Rifts mehr gibt, die man sagt, gell? Und dann ist der dritte Gegner dahergekommen. Das war scheiße. Ich bin einfach direkt der Gegner daher. Jetzt geht's um die Krone. Okay, jetzt müsst ihr aufpassen, ob die Gegner nicht aus der Zone kommen. Ich glaube, ich bin schon hinter dir aufpassen. Ich bin schon hinter dir aufpassen. Der Kentner aus der Zone herausgekommen. Also... Obacht. Ich würde wahrscheinlich als Jumpet benutzen oder an der Zone sterben. Das sind epische Kisten, da oben. Das ist oben. Ja, da ist ein Boy über dir. Ein Boy, genau. Robin, das Heal. Ja, zwei Minis, keine Tage. Robin! Minis! Minis! I want it that way! Oh, von Baren, entschuldige dich. Tell me why I'm your baby! Okay, messen mich dir auf. Die Verbrecher, wo das immer ist. Ja. Könnt ihr das lügen? Ich glaube schon, aber ich bin mir sicher. Es war im Film quasi eine Szene. Ich glaube, ich fahre eine Serie, glaube ich. Eine Serie? Ich glaube, eine Serie. Robin, ein Gegner vor mir. Robin, da vor dir auf dem Boot ist ja Unsichtbarkeit so hoch. Ja. Der Gegner von der Zone ist hinter dir! Der Gegner von der Zone! Jürgen! Jürgen, hinter! Hinter dir! Findest du sie! Findest du sie! Scheiße! Scheiße auf dem Sieg! Die dürfen nicht gewinnen! Einer ist rechts! Einer ist rechts, Robin! Robin, Haufen ist Unsichtbar! Links ist am Boot und rechts ist einer! Rechts kommt einer! Links am Boot, Robin! Rechts ist einer! Rechts! Da kommt er! Da kommt er! Der ist ja hier, Robin! Der ist weit! Da kommt einer! Da kommt einer! Da kommt einer! Links, links, links! Links, links, links! Links, links ist ein Boot! Was soll ich sagen? Und der eine fehlt noch! Der hat sich... Fini... 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 Scheiße, wir können ihn wahrscheinlich nicht gewinnen, aber... Fini... Was denn? Nein, nein, nein! Dann kommen wir schon nach oben! Dann kommen wir jetzt nach oben! Muss er! Komm, im Partieburg glaube ich auch noch wer! Ich bin mir nicht sicher! Da hinten... Auf mir schießt der noch wer! Hinter mir! Muss er, wix er! Muss er voll heißen, denn das ist viel drin! Da ist er! Haust den Preis! Merke ohne, du Arschloch! Okay! Nummer 1, 2! Ich wollte ein paar Stunden gehen, Moni! Ich habe Waffen und kann nicht da! Gehener! Ich weiß nicht, Ammo! Schrot und SMG! Schauen wir mal, was er bot! Jawohl! Ist der Ammo? Ach, der hat auch nichts gehabt! Oh ja, der Robin hat es gerade aufgekloppt! Aber nicht zu viel! Ah, nein, das war Ammo! 74 Schuss für SDG! Der Robin hat... EF 750! Wow! Ich habe nicht gerade viel! Aber ich habe keine Ammo! Ah, Zahne, Zahne! Kleine Ammo, aber genug! Ja, ich habe ja viele Zahne! Schon da muss er da! Ja, gerne! Habe ich was für dich! Ja, gut! Geh, geh mit die Zahne! Baut du mit, oder? Nein, mit zu viel genug! Es geht zurück mit Eisen bauen! Eisen ab zu viel! Skype-Ace! Wir bauen nur Skype-Ace! Skype-Ace! Es ist nicht mehr so einfach zu bauen! Es wird einfach zu bauen! Es wird einfach nicht... Es ist gar kein Sturmgear, aber... Es gibt gar kein Sturmgear! Es ist gar kein Sturmgear! Oder doch... 11 Leute! 5 Teams! Es war fast die selbe Situation wie vorher! Okay, okay! Mein, 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 mein... Sicher irgendwo ein 4er Team! Es ist also dritt einmal fix! Es war gescheit ungefähr! Geht schon! Schiss auf! Die Greiner! Robert, schiss auf! Ich habe auch! Gut! Die Zone ist links bei euch, die nächste! Also... Es ist nicht weit! Geht schon! Ja, Alter! So, dann! Wie heißt es, da hinten? Irgendwann Wasserbanner! Ja, da oben ist es nicht! Ich muss pushen! Hinter dem Baum! Nein, die Zone ist bei... Eich! Obwohl... Ja! Oh mein Gott! Alter, hinter uns! Robert, oder? Alter, von wo? Alter, von dem Baum um! Geht vielleicht irgendwas auf da um! Ja, ich brauche auch mal! Ich brauche auch mal! Da ist Sturmgearmer! Links von dir! Gerade da! Alter, die waren auf der... Zu dritt am Baum, Alter! Zu dritt? Ja! Okay, äh... Drei Teams! Sechs! Ähm... Leid! Okay... Jürgen, da vorne könnte ein Biggie klären! Vor der links... Ich drücke ein Biggie! Ich muss weg, ich bin so im Low Ground! Ja! Oh, da sind noch... Sch... Schlürf... Schubsoft! Okay, äh... Fünf Leid, drei Teams! Dreier-Team... Und... Zwei Solos! Ich hoffe, das ist jetzt bei... Na gut, das ist ja gut! Das Dreier-Team wird dominieren! Drei gegen Anz, Jürgen! Ernsthaft? Ja, drei gegen Anz! Zwei Teams, vier Leid! Die sind am Baum, um! Wir müssen sich da wechseln! Gehen aber schluss! Ja, wir werden in die Zone mit, eh! Schau, dass du eigentlich auf den Baum aufkommst! Da gibt es Sinn, da wird eh so ein Rutsch noch! Da zum Beispiel! Ah, jetzt ist die Zone wieder woanders! Warte, geh einfach... Geh auf den Baum auf mit dem Springer hoch! Ah! Na, 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 na! Auf... Irgendwo ist jetzt auch auf die Jungle-Kusel! Das ist er! Da sind sie! Die haben einen High Ground! Gefällt so, der Wixer! Der hat den Ex-Sing! Lass mal schauen, wie gut das sind! Die sind... Die haben einen High Ground! Ex-Plo! Ex-Plo! Oh, für links! Oh, die sind wir dran! Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ein Mini ist und dann ein Mini geht Hinter Bam vielleicht Wie hast du gehofft da? Hinter das Gebäude Oder in das Gebüsch Das war ein bisschen gnascht Die haben ein bisschen besser gemacht als ich Das sind 3 gegen 1, das ist ja unfair Du hast ja einen Bam am Rücken Der Daumen der Daumen Dort links ist irgendwo einer Der wird da selber dran Ja 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 Das kann ich wegriften Wenn du da links Da links hin zu gehen und irgendeine Sachen opfern Oder Oder ein bisschen außen Links oder rechts Na warte eigentlich Na da kann Jürgen Da links bei dem Schreien da Könntest du wegriften Obwohl rift es ja hin Schreien aber keiner Wetter Ja der ist jetzt Der da unten ist aber Wuuuuh Auch schön Rein einfach 3 gegen 1 Das ist ja Raunfloser gebe ich mir nicht Na Aber die werden Die pushen die Die haben wir Das ist krass Ah 60 Kp ist nicht gut Ja Riffel Shhh Steppenhauer Fuckabon Ok tschüssi Ok tschüssi Holy shit Da 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 ist eine Wendung Da ist eine Wendung Ah nein Das kann ich Das kann ich nicht mehr 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 Aber die haben mich nicht überall Das war der Das war der aus der Lobby Das war der aus der Lobby Alter Das war der aus der Lobby Der ist selber drungen Wenn der nicht war Ich vergesse Der ist echt Der ist echt OP Der ist echt OP Ich bin so Depp Der ist mir jetzt leihund